Hallo Anhänger des Spielkults, ich begrüße euch zum neuesten Weekly, diesmal unter anderem mit Drachen, die wir in Höhlen locken, mit einem Wanderzirkus, der durch Amerika tourt und mit unserem eigenen Aquarium. Viel Spaß! In dieser Woche neu von uns getestet Schwingenschlag. Das ist ein eigenständiges Sequel zum Kennerspiel des Jahres 2019, Flügelschlag. Statt Vögeln ihren Lebensräumen anzusiedeln, geht es nun um Drachen, die wir in unser Höhlenlabyrinth spielen. Jeder besitzt ein eigenes Tableau und hat dann im eigenen Spielzug die Wahl aus mehreren Aktionsoptionen. Durchs Ausgraben gelangt eine Höhlenkarte aufs Tableau, quasi als Vorbereitung fürs Ansiedeln eines Drachen. Durchs Anlocken kann so ein Drache dann auch ausgespielt werden, das kostet Münzen, Ressourcen und Eier, und zwar in einer passenden Höhle. Der bekannte Engine-Builder-Effekt von Flügelschlag ist auch in Schwingenschlag vorhanden, und zwar mit der Aktion Erforschen. Dann wird eine Höhlenreihe ausgewählt und alle Karten werden mit ihren Effekten von links nach rechts abgehandelt. Durchs Ausspielen mancher Karten gibt es zudem Schritte auf der Drachengilde-Leiste. Die Drachengilde kann in jeder Partie neu ausgewählt werden und liefert dann eigene Boni und weitere Punktemöglichkeiten. Die Karten auf dem Tableau dienen dann auch wieder zum Erfüllen von runden Zielen, die bereits im Spiel Punkte bringen. Nach Runde 4 gibt es die Schlusswertung. Wer möchte, kann dank Automa auch Solo spielen. Britta ist ein echter Flügelschlag-Fan, besitzt auch alle Erweiterungen und zudem mag sie Fantasy-Themen. Na, da passt doch das Sequel Schwingenschlag perfekt in ihre Sammlung, oder? Ja, unsere Spielkultistin ist begeistert vom Material, von den Illustrationen, das ist auch farblich alles sehr ansprechend. Kann Schwingenschlag denn aber auch spielerisch was? Britta findet, ja, kann es. Für sich betrachtet ist das ein wirklich toller Engine-Builder. Je mehr Drachen man anlockt, umso höher die Erträge. Wichtig ist dabei, Eier zu generieren, denn dafür gibt es keine eigene Aktion mehr, die muss man sich über Effekte beschaffen. Spannend sind dann auch die möglichen Synergien, die regelrechte Kettenzüge ermöglichen können. Das ist wichtig, denn jede Aktion kostet eine Münze und man hat pro Runde nur sechs. Leider kostet auch so mancher Drache beim Ausspielen Münzen, was die Aktionsanzahl einschränken kann. Ja, wenn da nicht die Möglichkeit wäre, eben auch wieder neue Münzen zu erhalten und sich so wieder mehr Freiraum zu verschaffen. Extra-Spielzüge, beziehungsweise das Triggern, weitere Aktionen sind hier der Schlüssel zum Sieg. Genau wie der neue Drachengilde Kreis, der für sich schon Boni liefert, vor allem aber auch ein Wettrennen-Element, wenn man nach einer halben Runde die Möglichkeit besitzt, einen speziellen Bonus zu belegen und ihn der Konkurrenz wegzuschnappen. Da ist dann auch eine schöne Varianz durch wechselnde Gilden gegeben. Lohnt sich Schwingenschlag denn nun auch für Flügelschlagbesitzer? Also erst einmal gibt es da durchaus Änderungen, zum Beispiel einen etwas erhöhten Schwierigkeitsgrad durch die neuen Höhlenkarten. Der Glücksfaktor, der beim Besorgen des Futters im Flügelschlag immer vorhanden war, wurde nun nicht das planbare Ressourcenelement ersetzt. Überhaupt bietet Schwingenschlag nun bereits im Grundspiel Elemente aus Flügelschlagerweiterungen. Somit also beste Voraussetzungen, wenn ihr Flügelschlag noch nicht besitzt und bislang noch nicht Wert legt auf Erweiterungsmöglichkeiten. Für sich betrachtet bekommt Schwingenschlag da sehr gute neun Kultpunkte von Britta. Ein Punkt jedoch Abzug, wenn ihr bereits eine umfangreiche Flügelschlagsammlung besitzt. So würde Britta dann bislang doch noch Flügelschlag mit den Erweiterungen bevorzugen. Aber wie gesagt, für alle, die Fantasy-Themen mögen, ist Schwingenschlag. Wenn es nur das Grundspiel sein soll, dann doch wieder die erste Wahl. Die verdrehte Spuknacht nimmt euren Nachwuchs mit in ein altes Spukschloss. Genauer gesagt die drei kleinen Magier Vicky, Mila und Konrad, denn die wollen im unheimlichen Gemäuer Gegenstände finden und nach draußen tragen. Dummerweise wird das Schloss von Geistern bewacht, die sich mithilfe eines Magnetmechanismus unkontrolliert bewegen. Gespielt wird kooperativ. Dabei werden in jedem Spielzug zwei Würfel geworfen. Der eine bestimmt die Laufweite eines Magiers, der versucht zu den Zielplättchen passende Gegenstände einzusammeln. Wenn alle Gegenstände einer Farbe eingesackt wurden, darf der entsprechende Magier aus einem noch freien Ausgang der Burg fliehen. Und klingt, dass allen drei Magiern ist das Spiel gewonnen. Tja, wären da nicht die Geister. Wie gesagt, werden da immer zwei Würfel geworfen. Der zweite Würfel bestimmt, in welche Richtung das integrierte Geisterrad gedreht wird. Berührt nun ein umherwandelnder Geist, ein Magier, muss eine Geisterkarte aufgedeckt werden, die im schlimmsten Fall einen Ausgang sperrt. Zunächst nur eine Torhälfte, aber eventuell halt auch eine komplette Fluchtmöglichkeit. Das Spiel ist verloren, wenn alle Ausgänge blockiert sind. Wenn ihr zu häufig gewinnt, könnt ihr das Spiel auch erschweren, indem ein vierter Geist über das Sammeltableau, die sogenannte Schiefertafel, beim Belegen des Feldes ins Spiel kommt. Christoph und seine Kids sind ja immer gespannt auf das neueste Spiel aus dem Hause 3 Magier. Der Verlagsname wurde bei der Spuknacht auch wieder thematisch ins Spiel integriert. Wenn wir versuchen, die drei Magier zu den richtigen Gegenständen zu bringen. Die Würfel sorgen dabei für Emotionen am Tisch. Natürlich können wir es beim Voranziehen vermeiden, einen Geist zu berühren. Aber die magnetischen Bewegungen der schönen Geisterfiguren durchs Geisterrad sind dann doch unvorhersehbar. Das ist für die Kids auf jeden Fall ein spannendes Element. Führt es doch dazu, dass sich nach und nach die Tore schließen und so ein echter Thrill entsteht, ob die Gruppe es noch rechtzeitig aus dem Gemäuer schafft. Das Spielmaterial ist wie gewohnt top. Das funktioniert auch alles super. Es sieht gut aus, ja, und die Spieldauer ist angenehm kurz, sodass auch Fünfjährige gebannt am Spiel teilnehmen können. Für Christoph sind das insgesamt sehr gute acht Kultpunkte. Im Spiel Three Ring Circus besitzt jeder einen eigenen Wanderzirkus, der im 18. Jahrhundert durch Amerika tourt. Ziel wird es sein, Aufführungen in den verschiedenen Städten zu präsentieren. Dazu braucht es aber erst einmal eine entsprechende Künstlertruppe, wovon wir erste Mitglieder in Form der einfacheren Geldkarten erhalten. Jeder besitzt dabei ein eigenes Zirkustableau, aufgeteilt in die Podienleiste, sowie die drei Manechen, eben die Three Rings. Dieser Plan ist zunächst leer und zeigt diverse Symbole, die durchs Abdecken mit Karten ausgeführt bzw. dann dauerhaft eliminiert werden. Im eigenen Spielzug können wir dann einen neuen Artisten ausspielen, von der Hand aufs Tableau. Wichtige Karten müssen auf dem Tableau aufsteigend sortiert ausgelegt werden und sie müssen bezahlt werden, wobei der bisher höchste Wert immer vom Wert der neuen Karte abgezogen wird. Wer also bereits eine Vier besitzt, reduziert die Kosten für eine Acht eben um den Wert von Vier. Auf diese Weise können sogar Karten kostenlos ausgespielt werden, je nach Reihenfolge. Solche Karten liefern dann Einkommen, auch Podeste. Karten höheren Wertes liefern weitere Vorteile und Punkte. Alternativ kann im eigenen Spielzug gereist werden. Wie weit, hängt von den noch sichtbaren Lokomotivsymbolen ab. In den Städten unterschiedlicher Größe können dann Aufführungen stattfinden, indem ein eigenes Zirkuszelt auf die Stadt gestellt wird. Kleine Städte liefern dabei neue Geldkarten. Umso mehr, je mehr angrenzende kleine Städte noch ohne Zirkus auskommen müssen. Mittelgroße Städte wiederum bringen Punkte oder die wertvolleren Ticketkarten, allerdings in Abhängigkeit der eigenen Podestsymbole bzw. bestimmter vorgegebene Artisten. Und in den Großstädten wird ein bestimmter Künstler verlangt, zu dem sich ein Bonus gesellt, wenn angrenzende Karten auf dem eigenen Tableau die Vorgabe der Stadt erfüllen. Zusätzlich zu den eigenen Zirkuswagen zieht auch der neutrale Bahn um Zirkus über den Plan und löst dann regelmäßig Mehrheitenwertungen aus. Wurden alle Regionen gewertet, gibt es in der Schlusswertung noch Punkte fürs eigene Personal, teils in Abhängigkeit bestimmter Voraussetzungen sowie Punkte für die Spielendekarten. Das Spiel bietet zudem einen Solo-Modus. Direkt vorab, Lutz würde Three Ring Circus eigentlich gern 8 Kohlpunkte geben, am ehesten noch im Spiel zu viert, aber letztlich sind es dann doch nur 6 Punkte für ihn, was hauptsächlich am eingeschränkten Zweier- bzw. Dreierspiel liegt. Mehr dazu gleich. Zunächst mal findet Lutz das Thema des Spiels spannend. Es wurde auch optisch sehr ansprechend umgesetzt. Ja, die Zirkuswelt hat sich im Laufe der Jahre doch verändert. Tiere sind heutzutage aufgrund der nicht artgerechten Haltung immer seltener in den Zelten anzutreffen, aber im Spiel ist alles vorhanden. Na gut, wir befinden uns ja auch im 18. Jahrhundert. Das Tableau-Building findet Lutz reizvoll. Da muss man schauen, welche Künstler einem bestimmte Vorteile bringen, wann man bestimmte Symbole abdeckt, wie man die Karten effizient spielt, um die Kosten aufbringen zu können. Ja, da kann dann schon mal das eigentliche abstrakte Spielgerüst zum Vorschein kommen, denn letztlich schaut man nicht mehr auf die Illustrationen, sondern mehr auf Zahlen und Farben. Aber das funktioniert und wenn der eigene Plan immer voller wird, dann entsteht da doch optisch eine schöne Zirkusatmosphäre. Hinzu kommt dann das Wettrennen-Element beim Reisen. Ich kann natürlich versuchen, zunächst mein Personal zu optimieren, aber oft gibt es halt auch den Wer-zuerst-kommt-mal-zuerst-Effekt. Heißt, wer früher eine Wertungsmöglichkeit nutzt, bekommt er auch den besseren Ertrag. Bei den Hauptstädten ist da jedoch auch ein Glückselement im Spiel. Wenn nach bestimmten Karten verlangt wird, kommt so eine Karte nicht in die Auslage. Bleibt einem nichts anderes übrig, als zu hoffen, ja, Ticketkarten vom Stapel zu ziehen. Ja, hier wäre es schön gewesen, wenn ein Kartenaustausch der Auslage möglich gewesen wäre. Und dann kommen wir auch zum Kritikpunkt zurück, der das Zweier- bzw. Dreierspiel betrifft und für Lutz zur Abwertung geführt hat. Da kam es nämlich in Lutz-Partien immer wieder vor, dass die eigenen Zelte nicht bis zum Spielende ausreichten, da es da keine Anpassung an die Spielerzahl gibt. Das fühlt sich dann etwas schwach an, wenn man im schlechtesten Fall nur noch gefühlte Notaktionen durchführt. Hier wäre eine Anpassung auf jeden Fall noch wünschenswert, damit das Spiel dann auch noch wirklich seine acht Kultpunkte von Lutz erhält. Den grundlegenden Spaß hatte er ja auf jeden Fall am Spiel, das uns zum Test noch in der englischen Version vorlag. Die deutsche Version ist aber jetzt gerade vor wenigen Tagen bei Cosmos erschienen. Und als Best of Smart Ten. Das ist ein Quizspiel, bei dem die Zahl 10 im Vordergrund steht. So gibt es dann immer eine Frage mit 10 Antworten oder ein Thema mit 10 Fragen, vielleicht auch ein Ranking von 1 bis 10, das reihum erstellt werden muss. Der Clou, jede richtige Antwort gibt einen Punkt, doch nur eine einzige falsche Antwort lässt alle Punkte dieser Runde wieder verschwinden. Von daher sollte man wissen, wann das eigene Wissen an seine Grenzen stößt und man vielleicht doch lieber die erspielten Punkte sichert. Seit einiger Zeit gibt es Smart Ten als tägliche Quizshow im österreichischen Fernsehsender ORF1. In Deutschland kann man die Show über die Mediathek des Senders sehen. Dass ein Brettspiel zur Fernsehshow wird, ist eher ungewöhnlich. Meistens ist es ja doch eher umgekehrt, aber im Fall von Smart Ten auf jeden Fall verdient. Der Ansatz mit dem eigenen Wissen zu zocken, zu wissen, wann man aufhört, das ist auf jeden Fall spannend. Der Fragenkatalog ist abwechslungsreich und kann mittlerweile mit einigen Ergänzungssets erweitert werden. Nur bei der Spielerzahl stößt das Konzept dann an seine Grenzen. Bis zu 8 Spieler können laut Schachtel teilnehmen, das würde ich aber nicht empfehlen. Der Thrill, weitere Antworten bei absoluter Ahnungslosigkeit zu geben, ist bei 2-3 Spielern am höchsten, da die Fallhöhe entsprechend größer ist. Der Gegenspieler also mehr Punkte abstauben kann bei einem Fehler der Konkurrenz. Ich vergebe sehr gute 8 Kultpunkte, ja sogar 9, wenn ihr als Hausregel, wie wir, Smart Ten, mit 2-3 Teams spielt, dann ist es für mich am spaßigsten und spannendsten. Zu allen gezeigten Spielen findet ihr ausführliche Testberichte auf unserer Webseite. Schaut einfach auf die Startseite und in unser Archiv, da findet ihr bestimmt auch was für euch. Neues und Bekanntes gab es auch in dieser Woche wieder bei unseren Spieletreffs. Zum ersten Mal Sand, das ist ein nagelneues Pick-up-and-Deliver-Spiel, noch nicht in deutscher Sprache erhältlich. Da begeben wir uns in die Wüste mit dem Ziel, möglichst viel Gold zu verdienen. Wir werden zu Wüstenreisenden, besuchen die verschiedenen Städte, um Waren von einem Ort zu einem anderen zu transportieren und dafür bezahlt zu werden. Begleiter sorgen für zusätzliche Missionen, die erfüllt werden können. Zudem können die eigenen Transportmöglichkeiten zunehmend ausgebaut werden. Ganz nebenbei wird der Wüste da auch noch neues Leben eingehaucht, in dem Pflanzen aus den Gewächshäusern der Städte in die karge Landschaft gebracht werden. Das Spiel richtet sich dabei schon an Fehlspieler mit einer Spieldauer von über 2 Stunden. Wie es genau funktioniert, lest ihr schon bald in einer ausführlichen Rezension auf unserer Webseite. Shake that City ist das Motto dieses neuen Spiels, bei dem jeder sein eigenes Tableau mit verschiedenen Gebäuden bebaut, die am Spielende auf verschiedene Weise Punkte liefern. Doch wie kommen die Plättchen aufs eigene Board? Über den Shaker, der Würfel in den verschiedenen Gebäude Farben enthält. Durch Schütteln und Drücken landen immer 9 Würfel auf dem Tisch. Der aktive Spieler sucht sich eine Farbe aus und verbaut entsprechend farbige Plättchen in exakt der zufälligen Formation. Alle passiven Spieler suchen gleichzeitig für sich eine der restlichen Farben aus und machen dasselbe. Da alle um den Tisch herum verteilt sitzen, ist die Anordnung der Formationen dabei für jeden Spieler anders. So geht es also um effizientes Puzzeln, auch für Zusatzpunkte über die Aufträge, die am Rand des eigenen Tableaus ausliegen, oder die entsprechende Zeile oder Spalte der Vorgabe nach gefüllt, sind diese Auftragsplättchen erfüllt. Was genau auf welche Weise Punkte bringt, erfahrt ihr dann schon bald in einer eigenen Videoreview auf unserem Kanal. The Galerist ist ein weiteres großes Spiel von Vital Lacerda. Wer den Namen schon gehört hat, weiß direkt, was einen erwartet. Ein komplexes Vielspielerspiel, bei dem die einzelnen Aktionen für sich genommen immer gar nicht mal so schwierig sind, es aber durch die starke Verzahnung dann eben doch nur ein Spiel für Experten ist. Hier werden wir also zum Galeristen, einer Mischung aus Kunsthändler, Kurator und Künstlermanager. Da geht es dann darum, Künstler zu fördern, Kunst auszustellen, sie zu verkaufen und so einen Weltruf zu erlangen. Um zum Ziel zu gelangen, können Assistenten eingestellt werden und das Ziel sollte stets die Gewinnmaximierung sein, denn am Ende werden Besucher in der eigenen Ausstellung der Verkauf von Kunstwerken die Investitionen in der Künstlerförderung belohnt, genau wie das Erreichen von Trends und Reputationen, sowie das Erreichen von Kurator- und Händlerzielen. Im bildhübschen Aquagarden möchte jeder das schönste Aquarium besitzen, allerdings besitzt jeder nur begrenzte Mittel und nur einen Mitarbeiter, der die Fische in die Becken setzt. Da gibt es dann den Gemeinschaftsspielplan, auf dem immer der am Zug ist, der am weitesten hinten steht. Je nach angesteuertem Feld können dann Aktionen ausgeführt werden, mal gibt es Geld, mal gibt es neue Bewohner fürs Aquarium, die in den verschiedenen Becken auf dem eigenen Aquariumsplan eingesetzt werden können. Problem, pro Becken stehen nur vier Einheiten Sauerstoff zur Verfügung, also muss man die Wasserbewohner geschickt aufteilen, wobei das Limit auf sechs erhöht werden kann, wenn man eine Alge mit ins Becken holt. Nun gibt es noch weitere Platzierungsbeschränkungen, aber es lassen sich auch Lebewesen, Korallen und Algen hinzukaufen. Zudem können zusätzliche Kreaturen ins Spiel kommen, wenn gewisse ausliegende Meilensteine erfüllt werden, das heißt die vorgegebenen Bedingungen in einem Becken des eigenen Aquariums erschaffen werden. Das ist dann gleichzeitig auch ein Punkte-Wett-Rennen, denn sowohl die Lebewesen in den Becken als auch die erreichten Meilensteine, sowie übriges Geld und die Platzierung beim Umrunden des Plans nach insgesamt drei beziehungsweise vier Runden, je nach Spielerzahl, entscheiden dann über den Sieg. Costa Rica ist ein, ja man könnte sagen, Zockerspiel aus dem Jahr 2016. Im Regenwald wollen wir möglichst viele Tiere vor die Kamera bekommen. Dazu legen wir die Landschaftsplättchen verdeckt aus und bilden sechs Expeditionsgruppen. Wer am Zug ist, deckt ein zu seiner Figur angrenzendes Plättchen auf. Das Tier kann dann in die eigene Sammlung aufgenommen werden, oder es wird reihum den Mitspielern angeboten und dann ein weiteres Plättchen aufgedeckt. Nun lauern im Regenwald jedoch Gefahren. Im Wald gibt es wenige Gefahren, aber auch weniger Tiere, im Gebirge hingegen die meisten Tiere, aber auch die meisten Gefahren. Wer zu viel riskiert und zu lange wartet, kann durchs Aufdecken zu vieler Gefahren wichtige Tiere verlieren. Zudem sind die Möglichkeiten durch stetig wenig werdender Forscher zunehmend eingeschränkt. Sind keine Forscher mehr, da werden Punkte gezählt und die gibt es für möglichst viele Tiere einer Sorte, beziehungsweise Sets aus sechs unterschiedlichen Tieren. Ein Erklärvideo aus früheren Spielkultzeiten findet ihr im Archiv unseres Kanals. Heroes of Might and Magic 3 basiert auf der Kult-Computer-Strategiespiel-Fantasy-Reihe und enthält sowohl kompetitive als auch kooperative und Solo-Szenarien, die uns erkunden und kämpfen lassen. Da gibt es zum einen die tollen Miniaturen, zum anderen die Abenteuer-Maps in Form der Spieltafeln, immer jeweils unterteilt in sieben Sechseckfelder, auf denen wir Orte entdecken können. Jedes Szenario stellt uns dabei vor unterschiedliche Siegbedingungen, die natürlich auch epische Schlachten beinhalten. Da gibt es verschiedene Fähigkeiten und Stärken der Helden, die im Spiel dann auch aufgelevelt werden können. Jeder besitzt da ein eigenes Heldendeck, das per Deck-Building ausgebaut werden kann. Die Miniaturmodelle stellen die legendären Einheiten aus dem Originalspiel dar, die Kämpfe werden dazu auf separaten Boards ausgetragen. Ja, ein episches Spiel mit vielen Möglichkeiten. Und Age of Steam in der Deluxe Edition hier auf der Standard-Rust-Belt-Map, wobei dem Spiel verschiedene Pläne beiliegen. Da treiben wir den Eisenbahnbau voran, müssen aber auch ökonomische Fragen berücksichtigen. So können wir Aktien verkaufen, um Geld zu erhalten. Wir müssen unsere eigenen Lokomotive zunehmend verstärken, um mit ihr weitere Strecken zurücklegen zu können. Wir müssen Strecken bauen und sie bezahlen. Auf diese Weise verschiedenfarbige Städte ans Netzwerk anschließen, um ausliegende Güter in passende Städte zu transportieren. Das alles verursacht aber auch Ausgaben, die stets entrichtet werden müssen, sodass man manchmal auch ans Einkommen ran muss, um Bargeld aufzutreiben. Aber Vorsicht, wer mehr bezahlen muss, als er aufbringen kann, scheidet mit einem Bankrott aus dem Spiel aus. Ihr seht das Spiel hier mit den speziellen Acrylplättchen, die die Deluxe Edition noch einmal zusätzlich edler machen. Wenn ihr gerne mal mit uns am Spieltisch sitzen möchtet, dann kommt zu unseren öffentlichen Spieletreffs nach Witten ins Ruhrgebiet. Jeden Dienstag und jeden Donnerstag könnt ihr dabei sein. Schreibt einfach eine Nachricht für mehr Infos. So, eventuell gibt es in der nächsten Woche eine kleine Pause. Schaut einfach auf unsere Social Media Kanäle für aktuelle Infos. Ansonsten gibt es aber auf jeden Fall in Kürze Rezensionen unter anderem zum gerade gezeigten Shake That City, zu Settlement und natürlich zu vielen weiteren Spielen. Alle News gibt es wie gewohnt auf Facebook, X und Insta und auf unserer Webseite. Habt eine schöne neue Woche. Bis zum nächsten Mal. Jacob hat so, wie ein Kürze quell. Vielen Dank.